Kann er gewisse Sachen ausstalten? All right. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You're still here, then? I owe you. Yeah. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur. I think it's time for the train. You want me to come? Of course I do, but... Look, Aska. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Little Abigail. Dutch. Jackie. The boy wanted to see you, John. He's seen me now. Or what's left of me. What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we have is in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just... I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnet, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch. Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. So, Leute, Zug ausrauben. Here we go. Sehr geil. We're moving out. Follow me. Hey, gentlemen. Listen up. All of you. According to the information so kindly provided to us by Leo Griswills, the train will be coming north from Big Valley. We're gonna pick it off after it crosses the border into the Grizzlies. There's a race spot there that should give us good advantage. Charles, you'll keep lookout for any outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Good. I'll take the driver and engineer, then run point. Lenny and Javier, you two take the front cars and deal with any guards. Arthur and Micah, you head straight for the back. That's what we're after, Mr. Cornwall's private car. You and me, Morgan. Great. Have you got a problem with that? Not if you keep your head for once. You worry about yourself, huh? Enough. After Bill blows the tracks, we're gonna need to move fast. Is everyone clear on what they're doing? Yep. Crystal. Yes, boss. Good. Now come on. So, off geht's, Leute. Here we go. Ah, is halt Geschmackssache in this Spiel, ne? Is halt nicht jedermanns Sache. Yeah. curtains pas 過 after Unter dem Schnee, endlich. Es fühlt sich gut, nicht wahr? Aber wir müssen das schnell gemacht werden, jetzt ist es Zeit, bevor jemand hier nach uns kommt. Oh, schau mal, die Jungs. See? Das ist was ich nennen, eine Crew. Micah Bell, Charles Smith, Arthur Morgan, Javier Escuela, und was ist, dass die Lennie hier? Always the first man on his horse. Ich bin einfach glücklich, dass wir ihn zurückkommen, Dutch. Du bist sicher, dass du bereit bist für das, Kind? Natürlich bin ich bereit. Just stay calm, keep your eyes sharp. Das geht für alle von euch, keine Fehler, nicht wieder. Also machen wir das, dann gehen wir nach Blackwater, um zu holen. Wie viele Mal werden Sie das gleiche Frage stellen, Micah? Das ist viel Geld, um zu lange zu sitzen, um zu lange zu bleiben. Es wäre verrückt, um zurück zu gehen, jetzt zu gehen. Das Ort wird mit Pinkertons geschenkt. Wir zurückkommen, wenn ich sage, wir zurückkommen. Und das ist das Ende. Das Geld ist sicher. Du musst einfach mir glauben. Und wenn die O'Driskels richtig sind, dann werden wir eine Strecke von Railroad-Bonds auf diesem Flugzeug. Ah, sehr gut. Ja, ich sage mal, im Deutschen wäre es, glaube ich, nicht so gut rübergekommen. Muss ich ehrlich sagen. Muss ich hin lang? Ah, da vorne, ne? Gehalten wir mal runter, da. Wie weit der kommt. Endlich mal aus dem Schneegebiet raus, ne? Ah, der ist da vorne, okay. Ah, es sieht halt schon... Es ist halt schon richtig geil, ne? Guck, ich fasse mal an hier. Oh, da Wasser und so weiter, ne? Äh, das ist ein Chatspiel, genau. Ah, sehr gut. Nimm die Schwule, okay. Jetzt müssen wir den Kram da vorne irgendwie hinterm Stein packen, ne? Ja, ist nicht schlimm, Mick. Alles gut. Ist nicht schlimm. Oh, schön ausrollen hier. Mal ölen das Ding, wa? Tipptopp. Ah, okay, Mick. Nice. Ist mal was komplett anderes, ne? Also hat nichts mit Simulationen zu tun. Und es ist halt einfach mal Story-Game. So, wir gehen wieder hoch. Zu den anderen. Und da passt das. Randy, danke dir für deinen, äh... Danke dir für deinen Host. Äh, für deinen Raid. Mahlzeit. Recht herzlich willkommen. Und howdy. Mahlzeit, Leute, ne? Grüße euch alle. Vielen lieben Dank. Danke dir. So. Gucken wir mal weiter hier. So, müssen wir jetzt machen. Cover your faces. Wo gibt's denn den Kram hier? Ist das so da Gegenstände? Ah, hier. Genau. Zack. So. Jo, bis dann, Max. Hau rein. Grüße. Mahlzeit zusammen, Leute. Schönen, es ist Zeit. Good luck. All of you. You all know what to do. Here we go. Na toll. Hat er super funktioniert, Leute. Hat er richtig geil funktioniert. Here we go. Here we go. Na toll. Oh shit. Pull me up. I've got you. Now stop yelling. Help. Sehr gut. Welche Waffe habe ich überhaupt ausgewählt? Ah, ich glaube, ich habe das Repetitiergewehr. Where's have you in? He fell. The others will get him. You and me, big man. No, we need to stop this train. There's another guard up ahead. You want me to take him? So, warte mal. Habe ich nicht auch ein Messer? Er macht sie jetzt, okay. Zu lange gewartet. Ah, okay. Wir haben eine gewisse Zeit für die Random Events. ATT gedrückt und ziehen und drückt direkt all. Ah, ich nehme mal lieber das Repetiergewehr. Können wir nicht da vorne hin? Geht's umlaut irgendwie so, ne? Da ist auch noch einer. Jawohl. Er ist schon dabei, Mann. Die Leute mal drängeln hier in dem Game, ne? Einfach, einfach heftig. Oh, 60 Cent, Leute. Ja, ja, ist gut, klar. Hoch da. Zack, erwischt, Leute. Einfach durch den Durchgeschossen. Voll geil. Maltein, Leute. Grüße. Einfach durchgeschossen. Einfach. Da oben. Zack. Jawohl. Gehen wir zu hinten, Mann. Was ist denn jetzt los? Oh, nein. Och, nö. Ach, lecko mio. Kontrollpunkt starten. Lenny ist tot. Können wir bitte eben eine Kerze anmachen für Lenny? Oh, shit. No guards coming out of that train car. There better be some money at the end of this. All these bashes must be guards. We need to guard the best, right? Yep. Keep pushing on. He ain't gonna lie. Watch out, miss. Shoot us up now. Gold war the car. Ah. Ah. Okay. Still okay? I think so. Good. Damn, he's got an arm. Who is this guy? Doing good, kid. Where the hell are the other? I don't know. Make peace with your bankers, man. Damn it. I thought that was all of them. We're gonna get out of this. Oh, I know we are. Da da. Hey! There's the other boy! Come on! It's over! Oh, wie viele Leute da sind, Alter. Wieso kann ich denn nicht hoch? There's still more coming off the train! Yeah, yeah, is okay. I can see now, why the old Driscoll brought so many boys up here for this. I can see now, why the old Driscoll brought so many boys up here for this. Okay, good. Sehr gut. Sehr schön. You two all right? Yes, let's get the money and go. We got some fellas holed up in this last car. Ah, shit. What are you boys planning on doing in there? Listen to me. We don't want to kill any of you. Any more of you. I give you my word, but trust me, we will. I work for Leviticus Cornwall. Come on, boys. We got our orders. Okay. You asked for it. Five. Four. Three, two, one. Seems our friends have gone deaf. Wake them up a little. Mach da voll Sinn, ne? Ja, machen wir mal offen das Ding, ne? It doesn't matter too much to us, but you boys in there might want to take a step back. Seems good enough. Now light the fuse. Here we go. Haha, schöner Tafus. Unless you got a death wish, I'd step back, fellas. Sehr gut. Kein Dusch. Da ist it. Ja, dann geh mal rein, ne? Sag mal Hallo. Okay, come on. Walk on out here. We don't want to kill you. My, oh, my. We just want to rob your boss. Get on up there. Search that train. Äh, Pipi, steht und danke dir für den Resub im dritten. Dankeschön und Namen zusammen. Wir gehen mal hier in den Wagen rein. Zack. Guck mal, guck mal, wie im Wohnzimmer. Geil. Oh, you two got the safe? I'll search the rest. Oh, yes. Should be easy as cake. You're just gonna stand there, kid. Pour me some brandy, will you? I'm parched. Shut up. Me and Arthur did all the work. Yeah, kid did good. Okay. Okay. War pity in der Indianer Reservoir. Okay. Kerosin, Teertank, Ölentwicklungsgesellschaft vom 9. Dezember. Nach Erhaltung der 5. An Summe werden wir unverzüglich die zweite Phase einreichen. Übergeben wir innerhalb eines Monats, die der Bericht über Erkenntnisse vorliegen. Okay. Ölgesellschaft. Sehr schön. Können wir gleich nochmal nachlesen. Lass mal in die Schubladen gucken hier. Oh, der gute Brandy, Leute. Oh, eine gute Uhr. Warte, können wir hier auch mitnehmen. Platintaschenuhr. Yes. Zigarre. Sehr gut. Alles schön mitnehmen, ne? Ganz wichtig hier. Das ist auch noch ein Brief. Lass uns den auch mal angucken. So, lesen. Sehr geehrter Herr Levitius, danke für das Telegramm und Interesse an dem James-Bergbau-Gesellschaft. Allerdings entbehren und unterbrechen die schlechte Führung der finanziellen Schwierigkeiten. Okay. Das Kohlegeschäft unterscheidet sich von vielen Hinsicht der Industrie. Ich bin auch nachher offen für ein geschäftliches Treffen. Okay. Von Archibald Jameson an den Typen hier, diese Eisenbahngesellschaft, ne? Die wollen sich irgendwie treffen wegen Kohleabbau. Oh, warte, da ist auch noch ein guter Brandy. So, den nehmen wir auch noch mit. Ja, Eisenbahn ist halt damals das Geschäft, glaube ich, schlechthin, ne? So, Geldbündel. Boah, Leute. Da wollen wir halt Premium-Zigaretten, ne? Sehr gut. Was haben wir hier noch? Eine Zigarre, glaube ich. Da war nix. Du kannst vor diesem kleinen weiteren Gegenstand tragen, okay? Weil da können wir jetzt irgendwie... Mal ein bisschen heilen. Warte mal. Mal ein paar Bohnen essen. Können wir noch mehr essen? Ah, ne, es ist Maximum, okay. Können wir wieder was aufnehmen? Ne, können wir leider nicht. Schade. Du kannst nix weiteres tragen. Korn will. Schränke durchsuchen. Schauen wir mal. Eine Schatulle, Leute. Sehr gut. Oh, köstlich. Ist das jetzt eingesteckt? Eine Anleihe haben wir da. Ah, das ist das Ziel gewesen, ne? Ansonsten, glaube ich, haben wir alles hier mitgenommen, ne? Wir gucken nochmal, ob wir irgendwas vergessen haben. War das Müll auf dem Boden? Ja. Ich denke mal nicht, dass hier noch jemand mit dem Zug fahren will, also... Beim besten Willen, nicht? Haben wir hier noch irgendwas gefunden? Ah, da war schon Mika dran, ne? Diese Bonds, sind sie wert für irgendwas? Oh, sicher. Bonds für Bonds. Ich denke, wir können diese Bonds sehr schnell verhören. Well done. Jetzt, würde du ausfüllen all das? Der Korn? Ja, wir können es ausfüllen. Was für sie? Was denkst du? Ich weiß nicht. Es ist egal für dich. Kill'e, leave'e hier. Geh'e mit dir auf dem Korn. Just make sure, dass sie keine Leute hinter uns senden. Okay. See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you. Let's ride. Was wollen wir mit dem machen, Jungs? Kümmer dich um die Wachen. Bedrohen. Na komm. Get on the train. Quick. Alle Ränder. 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 Geh' rein da, Mann. Diskutiert der rum. So. Geh' mal vorne hier. Nein, wir erschießen doch keine Leute. Machen wir nicht. Ist ja doch nett. Hier können wir auch noch looten, ne? Ah, wir müssen die Leute noch looten hier. Bevor wir zurückgehen auf jeden Fall. Ich schmeiß' erst mal den Zug an und dann gucken wir gleich mal weiter. Erst mal wieder schön looten. So, Rinder. So, here we go, ne? Abfahrt. Nächster Halt. Keine Ahnung. Der Zug lacht nirgendwo, Leute. Muss man gleich die Gold ziehen, natürlich. Jo, bis dann, dort. Hämtchen, mach's gut. Gute Nacht. Ach, toll. Jetzt schließ' den Auftrag ab. Hätte ich doch mal vorher gelootet. Verdammt. Mann, Mann, Mann. Oh, for Lord's sake. Put that book away and go hell. Mary Beth. So, are we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there, no problem, as long as we keep our noses clean. Well then, let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. So, auf geht's. Wir brechen auf, Leute. Sehr gut. Mahlzeit zusammen, Hallöchen. Wie geht's. Lenni, Micah, komm hier! Ja, Boss. Du zwei riechst nach vorne, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me? With the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. Erstmal Whiskey kaufen. Ich finde die englische Sprache angenehmer, also... Die deutsche Synchro müsstest du erst mal hinkriegen. Ah, okay. Wir müssen jetzt hier selber die Kutsche fahren. Schon cool, ne? Ah, damn it. Ist nur bei ATU anrufen, Leute. Zack, komm rein da. Sehr gut. Der hat so einfach gehen würde, Leute. Aber da waren es mal dazu, ne? Da gab es keinen Reifenservice. Oh, oh. Was ist denn da oben? Ist das? Oh, Indiana. Ah, die Story ist schon mega gut. So, zack, Rinder. Ah, wir können die... Okay, sehr gut. So. Here we go. The Indians in these parts got sold a very raw deal. This is the Heartlands we're going to. Gridfarmer and Grayson country, they lost it all. Sold and clean away from them it was every blade of grass. Killed or hurted up to the reservations in the middle of nowhere. And how is that different from anywhere else? Well, maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly... Ja, verdammt, das geht nicht. Schade. Schade. How do you rob and kill people pleasantly? We don't. In spite of that, just talk. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our block-headed driver here. Hey, don't blame it on me. Never forget, this here's a con man, Charles, born and bred. Just because it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. So, what happened to your travel? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did, but... When we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. All the life I've been on the run. A couple years later, some soldiers captured my mother. Took her somewhere. We never saw her again. We drifted around. He was a very sad man, and the drink had a mean hold on him. Around 13, I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Maybe a little older. A wilder delinquent, you never did see. But he learned fast. Not as fast as Mars to the apparently. Wait. I don't understand. What's the problem between you two? Arthur? It's a long story. Moil Fox, grüße. Red Dead Red Trim 2 spielen wir heute. Wird auch schneller reiten, oder? Nee, leider nicht. Reizboot in virgin forests, as we planned? No. Are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws, working girls, how a kind of place. Driscoll's? Probably them too. Pinkertons? Wir hoffen nicht. Und diesen Ort, wir gehen. Warte. Wie heißt es wieder? Horseshoe Overlook. Es ist ein guter Ort, um zu liegen zu liegen? Das wird für heute sein. Und wie liegen Sie, Dutch, wirklich zu liegen zu liegen? Es ist nur... Vielleicht ist es ich, nicht ihn, aber... Wir haben ihn gesagt, dass das Ferry-Job nicht richtig fühlt. Du und ich hatten eine richtige Leidung in Blackwater, das könnte es funktionieren. Vielleicht. Es ist einfach nicht so wie Dutch, seine Hände zu verlieren. Dinge gehen manchmal falsch. Menschen sterben. Es ist so, wie es ist. Es ist immer schon gewesen. Ich, du, Dutch... Wir haben alle in dieser Linie einen langen Zeit gearbeitet. Und wir sind noch hier. Also... Ich habe gedacht, wir müssen es richtig machen, viel mehr, als wir es falsch haben. Ich habe es bisher noch nicht gespielt. Nur bis zum Tutorial. Ich spiele dann komplett blind. Also... Ich weiß, wie das Spiel ungefähr funktioniert, aber... ja... So, jetzt müssen wir ein bisschen steuern. Du hast geil... Äh... Ginseng bekommen. Okay. Kräuter kann man selber machen. Okay. Okay. Pflücke sie und erlerne, wie man sie herstellt. Okay, gut. Das heißt, wir können auch selber Kräuter verarbeiten. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Das Spiel ist schon sehr geil. Also, ich... Ich mag das Spiel. Den ersten Teil habe ich schon richtig cool gefunden. Ähm... Danke. Hey! Slow up! I'll jump on! Da kommt Ruff da! Abfahrt! Komm, Javier! Okay, let's go! Here we go! So! Wir müssen... Wo müssen wir jetzt hier rechts? Nope! We're well! This is a good spot! Excellent! Fahren wir mal hier durch. Mal gucken, ob es funktioniert. Er spielt ja vor dem ersten Teil. Jaja. Ah, da vorne habe ich schon Lager aufgeschlagen. Guck mal. Guck mal. Yes, guck mal. Oh, guck mal. Richtig fettes Lager hier. Halt mal an hier. Arthur und ich, wir werden in Blackwater prosperieren. Wir waren zu etwas großartiges. Dann, Micah hat dich alle excited über das Ferry. Und hier sind wir. Wir haben alle Fehler gemacht in den Jahren, Hosea. Every letzte von uns. Aber wir haben uns zusammengehalten. Wir haben uns lebens. Wir haben uns lebens. Wir haben die Hälfte aus unserer Hälfte. Ich glaube, ich bin nur Angst. Ich habe das lange Zeit, Dutch. Ich will die Leute safe, bevor ich gehen. Me, auch. Und jetzt sind wir nach dem Grizzlies und aus dem Geld. Und ein langer Weg von unserem Traum von Virginland in der West. Ich weiß, mein Bruder. Aber wir sind sicher. Wir machen ein bisschen Geld hier. Dann gehen wir wieder. Wir gehen nach dem Weg. Wir gehen nach dem Uncle Sam. In ein paar Monate, wir kaufen ein paar Land. Ich hoffe, so. Würdest du einfach nach dir schauen? Diese Welt hat ihre consolation. Herr Strauss. 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 Erstmal schönes Lager. Erstmal schön Kippchen, Leute. Erstmal schön Kippchen. Kribbel in den Finger. Ja, ist echt ein geiles Spiel. Das ist natürlich sehr storylastig. Deswegen erzähle ich ja auch nicht so viel. So, Kapitel 2. Horse Show Overlook. Das heißt, wir sind da angekommen und mal sehen, wie wir weiterkommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So, Kapitel 1 haben wir abgeschlossen, Leute. Hehehe. Ein paar Wochen später. Ein bisschen glücklich. In spite of Blackwater and that whole mess. Arthur? Jose? Ja. Hehehe. Hehehe. Quite a day. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Hehehe. Thank you. And you? I'm gonna read a book. Sehr schön. So, wir sind im Dorf angekommen, Leute. Aber bevor wir weitermachen. Ähm. Guckt mal kurz ins Compendium rein. Eine Kamera haben wir dazu gekriegt. Würde ich sagen, wir machen mal kurz eine kleine Pause, Leute, ne? Ostwärts. Dein Bad ist ziemlich lang geworden. Du kannst ihn im Rasierzeug nehmen und am Zelt benutzen. Okay. My dear boy. My dear boy. What's going on? Nothing. Nothing at all. For the first time in weeks. Nothing. We're free. We're free to plan our own futures once more. I hope so, Dutch. Machen wir gleich, Leute. You kept the faith, Arthur. You always kept it. And I ain't losing it now. So, oder? Dann würde ich sagen... Weiler geht's hier in dem Dorf, ne? So. Pearson kocht jeden Tag Eintopf. Kannst du dir ein paar Zonen holen. Okay. Das heißt, wir sind jetzt hier in diesem Dorf gelandet, ne? Und dann schauen wir mal. Jo, gute Nacht an alle, die schlafen gehen. Und wunderschönen guten Abend an alle, die jetzt hier quasi hingekommen sind. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen gucken hier. Im Lager. Ja. Wir können den Pearson, also den Koch, wieder hier Tiere bringen, damit er die verarbeiten kann. Okay. Ich hab das vorher noch nie gespielt, ne? So. Hier haben wir die ganzen Leute rumrennen. Schon richtig krasses Lager, ne? Okay. Gucken wir mal. Nennen wir es Camp, nicht Dorf. Ja, Camp. Von mir aus. Was haben wir hier? Können wir uns die Sachen angucken? Untersuchen. Okay. Ah, Fotos. Was haben wir denn da? Ah, das müsste Strauss sein, ne? Oder? Vergrößern. Okay. Matthews. Schauen wir mal. Die Try Become Humans? Ja, kenn ich auch, ja. So. Hier ist die Olle, die, äh, Haare auf der Zähne hat. So. Vorhin stand ja irgendwas am Zelt, dass wir uns da auch, äh, umziehen müssen, ne? Oder umziehen können, ne? Ah, das ist ja, glaub ich, unser hier. Warte mal. Vergrößern. Okay. Alles schwarz-weiß damals, ne? Aha, man kann die Perspektive auch wechseln. Sehr geil. Umdrehen. Lesen. So. Beatrice Morgan. Ah, scheint unsere Frau zu sein, ne? Spring Rocks. Sehr gut, okay. Ist geil, wo meine Mahlzeitgröße? Wir können schlafen und setzen, untersuchen. Erstmal ein bisschen umgucken hier, ne? Okay. Steht nix drauf, ne? Oder? Haben wir da eine Aktion? Ne, haben wir nicht. So. Cool. Was können wir denn noch machen? Untersuchen. Blume. Zoologisches Kompendium. Oha, ein Buch. Wir können lesen. Was ist da mit Musik los? Oh, ne. Äh. Vergrößern. Kannst du öffnen, ne? Können wir das lesen? Oha. Das können wir ja komplett lesen. Der Dachs. Ach du Heiland. Bücher. Können's mal nehmen, ne? Vielleicht können wir später nochmal irgendwann lesen. Was haben wir hier noch? Eine Blume. Interessant. Ja, freut mich, dass du vorbeischaust. Ist mal was ganz anderes jetzt, was wir heute machen hier, ne? Ähm. Was haben wir hier noch? Rumble in the woods. Okay. Spaziergänge durch den Wald und Wiesen. Öffnen wir mal. Ah, das sind Hinweise zu den, äh, zu den, äh, Sachen, die wir machen können, ne? Auch sehr interessant. Ich würde sagen, das nehmen wir auch mal mit. Dann können wir das immer mal wieder nachlesen, ne? Was haben wir hier noch? Wir können es auch rasieren. Das können wir gleich mal machen. Wir können es auch umziehen. Okay. Haben wir andere Klamotten? Outfits. Oha. Was haben wir hier noch? Revolverheld. Sommer. Winter. So, wir kommen zu Sims, Leute. Ich würde sagen, wir kleiden uns mal ein bisschen sommerlich, ne? Das lassen wir mal so. Ah, man kann die auch separat austauschen, ne? Sehr nice. So. Ich würde sagen, wir rasieren uns mal. Du hast keine Outfits für kaltes Wetter in deinem Pferd. Ah, okay. Okay. Muss ich das haben? Ne, ne? So, rasieren. Ach, Leute. Schnurr... Wollen wir jetzt Kinnbart machen? Backenbart? Ich würde sagen, wir machen erstmal... Komplett hier, ne? Ah, man kann das anpassen hier. Schnurrbart. Lol. Kinnbart. Da sehe ich mich. Ah, ja. Sieht aus wie Ape. Wie Abraham. Ne. Warte mal. Gesamter Bart. Ich würde sagen, so ein Drei-Tage-Bart ist ganz cool, oder? Komm, den lassen wir mal. Ja. So, hier wird schön Musik gehört. Auch sehr schön. Ne, man sieht mich halt nicht, weil ich halt nicht aufnehme in Videos. Ne, ab und zu mache ich mal Aufnahmen, äh, quasi auf, äh, YouTube mit... Äh, die mache ich dann hier in Streams oder so. Da kann man, äh, das dann auch, äh, sehen, ne? Was haben wir hier noch? Oh, was ist denn hier los? Können wir das Banjo spielen? Ne, können wir nicht. Können wir uns mit den Leuten hier unterhalten? Ja, ne? Schauen wir mal. Pornobalken. Ne, Pornobalken machen wir nicht, Leute. Schalsfotografie? Okay, guck mal da mal. Ah, okay. Umdrehen. Steht nichts drauf, okay. Sehr gut. Ah, Mika. Ah, wir können uns auch ausruhen hier, okay. Wir setzen uns mal hin hier. Erstmal ein bisschen umgucken hier. Okay. Was haben wir denn noch? Ah, hier haben wir die ganzen Sachen. Wir können, glaube ich, auch Sachen kaufen, ne? Gehen wir mal rüber hier. Was haben wir hier noch alles? Na, manche Sachen kann man sich angucken und manche nicht, ne? So, was können wir bei ihm machen? Wie können wir spenden? Oder Verbesserungen? Warte mal. Ah. Okay, wir müssen Material hinbringen, damit wir Taschen erweitern können, ne? Okay. Die Unterkunft können wir auch verbessern. Ah, guck mal, da steht immer mit dabei, was wir denn liefern müssen. Damit wir das bekommen, ne? Sehr gut. Ich würde sagen, was haben wir denn hier? Abgehangenes Fleisch, Schwungfedern, Tierfette. Ich würde sagen, wir spenden alles, ne? Ja. Sehr gut. So, haben wir jetzt alles abgegeben hier? Die Sachen können wir nicht loswerden. Das sind ja Verbrauchsgegenstände, Bücher und so weiter, ne? Sehr gut. Warte mal, haben wir jetzt irgendwas abgegeben, wo der was verbessern könnte? Wir checken mal eben kurz. Ne. Okay, da müssen wir halt jagen gehen, ne? Sehr gut. Gut. Hier können wir uns was zu essen nehmen. Glaube ich, so war das, ne? Nehmen wir eine Mahlzeit. Schüssel mit Eintopf. Oh, lecker, lecker. Sehr gut. Oh, lecker, lecker. Schön Eintopf essen. Ah, sehr gut. Was kann man denn hier noch machen bei denen? Schauen wir mal, ne? Huch. Kann sich auch hier zusetzen, ne? Okay, gut. Sehr gut. Nö. Erstmal so ein bisschen erkunden, finde ich, ne? Finde ich immer sehr wichtig. So, Studge. Das ist diese Kasse, ne? Da kann man auch irgendwas reinlegen. Geht einfach manchmal nach Hilfe. Ah, okay. So, Anfall. Dutch hat eine Pfeife gebeten. Okay, das sind so Kleinigkeiten, ne? Wo die wir uns kümmern müssen. Sehr gut. Was haben wir hier noch? Untersuchen. So. Es ist aber natürlich alles auf Englisch. Äh. Was? Webreach. Ich war ein Mädchen. Und du bist zubestellt über das Meer. Ah, das ist Mollys Gedichte. Okay. Ich schreibe wohl Gedichte. Auch interessant. Hier haben wir noch ein Buch. Ne, okay. Das können wir nicht nutzen. Hier können wir wahrscheinlich Mucke machen. Hilfe. Hier ist die Kasse, wo wir was spenden können. Beitrag leisten. Das heißt, wir können, äh, Geld spenden. Betrag verringern. Ich würde sagen, wir machen mal 10 Dollar, ne? Komm. 10 Dollar ab in die Kasse. Gib ihm eine Backpfeife her. So. Molly. Ja. Das ist Molly. So. Bei dem waren wir schon. Ah, hier ist der Gefangene. Ah, guck mal. Strauß ist zurück. Der war ja im Dorf oder so. Good morning Arthur. Good morning. Good morning. Guck mal, wir haben ja sogar Hühner. Wir können mal mit den Gefangenen sprechen. Gucken, was bei dem da passiert. Kyrion. Guck euch mal die Berge im Hintergrund an, ne? Sieht einfach richtig geil aus. Guck euch mal die Aussicht an, Leute. Ist der Wahnsinn, oder? Ach, geil. Schon cool, ne? Warte mal, wir könnten mal eine rauchen, wa? Haben nicht immer Zigaretten gehabt? Vorräte. Arznei. Wo waren die denn? Das sind die Tonics, ne? Ach ne, warte mal. Da müssen wir, glaube ich, hier in die Tasche greifen, ne? Äh, was sind die guten Kippen hier? Premium Zigaretten, Leute. Raucht er jetzt eine? Wie ging das nochmal? Normal erweitert. Tagebuch haben wir auch. Okay. So, Blackwater. Kapitel. Da steht dann halt, was er reingeschrieben hat, ne? Das war die Flucht. Okay. Das ist das Lager, wo wir jetzt hier sind. Okay. Da ist ja wieder richtig Feuer, Mahlzeit. Also in dem Spiel habe ich, wie gesagt, ich habe nur das Tutorial bisher gespielt und dann war es das, ne? Da ein Haus bauen ist bestimmt nice, ne? Äh, benutzen. Raucht der gar nicht mehr? Gab es da nicht mehr eine Animation, wo der raucht? Was? Das war doch im ersten Teil, oder? Warte mal. Hier vorne war auch noch irgendjemand. Ah, hier. Ach, die alte Schachtel wieder. Wir können die auch ärgern. Ja. Wir können die auch ärgern. Du bist alt. Ah, fertig. So. Hier kannst du mal die, äh... Hier ist ja die Karte, ne? Guck mal. Ah, da ist die Stadt. Das ist Valentine, wovon Strauß erzählt hat. Postkutsche. Reverend Swanson. Was haben wir da? Im Bahnhof, okay. Javier. Javier. Sie sind im Valentine. Und hier haben wir auch noch eine Aufgabe von Uncle. Der möchte bitte mit uns sprechen. Schauen wir mal. Sollte eigentlich gehen, ne? Geht auch immer mit dem Rauchen. Echt? Aber der macht halt nicht. Ich hab das vorhin ausgewählt. Und dann... Nein, nicht. Dann haben wir hier nochmal. Erweitert. Ah, ist die Karte, ne? Kompass. Ah. 11.42. 9 Grad. Wer kennt's nicht im Wilden Westen, ne? Die genauen Temperaturangaben. Wen haben wir da noch? Das müsste, glaube ich... Ah, man kann das wechseln. Okay. Okay. Erweitert. Normal. Aus. Karte. Das ist Pferd. Okay. Das können wir hier hinrufen. Rat über die Tasche. War es echt über die Tasche? Kekse, Cracker. Ah, hier ist Zigarre. Da war's doch. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Ah. Erstmal ordentlich einen durchziehen, Leute. Toll. Mega Verschwendung. Die Haare sitzen. Dreiwettertaft. Wer kennt's nicht? Sollte links beim Rad sein. Ja, ja. Hier. Kekse. Premium Zigaretten. Können wir mal eine anzünden hier, ne? Boah. Hm. Die guten ohne Filter, ja. Wer kennt's nicht, ne? So, wir gehen mal zur Ankel. Mal gucken, was der zu quatschen hat. Aber ist natürlich ein richtig cooles Lager, ne? Wann du... Es ist ein Lager, ja. Good morning. Good morning in the morning. So heißt unser Pferd, glaub ich, ne? Haben wir dran gezogen, Lul. Da ist jetzt weniger Ausdauer. Das hab ich vorhin mitgekriegt. Ah, hier ist der alte Wagen. Wo ist denn der Onkel? Wo ist der denn? Ach, guck mal, der penta. Guck mal, der will. Wird sagen, wir machen mal weiter ein bisschen, ne? Wir wecken den mal. Ja. Ha, 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 ha. Warte nicht, dass du dich selbst zu sterben bist, Onkel. Ich dachte. Ja, das ist gut? Oh, im Moment. Also, während der Rest von uns beschäftigt, stehling, killin', liein', fightin' zu versuchen, zu überleben. Du, kannst du denken all day. Ja, das ist ein wunderschön, wo wir leben in, Arthur Morgan. Wenn du in die Stadt gehst? Mal schauen, ob wir ein anderes finden können. Ja, ich habe ein paar Schritte. Great. Go check, the horses are ready. Ha, 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 ha. We gonna take the old man in the town. Can you take us two? What, what you got planned? Nothing. We'll find something for y'all two do. We always do. We're bored out of our minds. Die wollen bestimmt shoppen gehen. It's about ready to murder Grimshaw. Can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? Three young, healthy women want you to take them, arriving. You're worried about house chores. Let's go. Fair enough. You got me. Come on then. Oh, lol. Shopping tour. Oh, lol. Shopping tour. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier durch. Oh. Oh, wir sollten vielleicht nicht so schnell fahren, ne? So. Guck mal hier. Guck mal hier. Erstmal ausparken, ne? Ui. Ui. Guck mal da vorne reiten sogar andere Leute lang. Guck mal hier. Guck mal hier. Blah. Oh, right. Guck mal hier. I got a girl in Berryville can't be screwed cause she's too damn ill, so I don't go down there no more there's blue horseways outside her door. I had a girl in Valentine likes to drink that fancy wine, blue in her hat with two-peak taro, cracking her pants, pay for it all. I got a girl in Berryville Mit dem Kino-Modus ist auch ganz nice, würde ich sagen. Oh Gott. Echt? Upa-Lumpa? Geil. Ach, guck mal, eine Postkutsche da rechts. Geil. Das Ganze drumherum sieht schon echt klasse aus, finde ich. Wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt. Oh oh. Oh ne. Was ist da passiert? Sind die Pferde abgehauen? Ja, wir sollten mal anhalten und denen mal helfen, wa? Oh, ich habe ein Lumbago. Es ist sehr ernst. Ich dachte, du wolltest gehen in die Stadt. Ja, aber das wird nicht lange dauern. Schau mal den Pferde. Geh, geht's. Er ist ein altes Mann. A ver, es ist ein Lumbago, wirklich? Wir helfen ihm, ne? Ja, no problem. Ah, es ist das Weiße da hinten. Guck mal, den Rauch da hinten. Guck mal, den kann man... Er steigt Rauch auf. Wir haben neuen Papst gewählt. So, warte mal. Wie können wir das denn... So, ich bin mal ges... Ja, lol. Ich bin mal gespannt, ob wir das Pferd überhaupt bekommen. Oh oh. Wir müssen uns da erstmal beruhigen, glaube ich, ne? Hm, war doch irgendwie so. Scheier. So, der Pferdeflüsterer, ne? Wer kennt ihn nicht, Leute? Kaffeefahrt. Auf jeden Fall Heizdeck zu verkaufen, Leute. Shoppingtour in der Bank. Ja, wir möchten einmal abheben. So, dann bringen wir ihm mal sein Pferd zurück. Hier müssen Zug fahren, ne? Sehr gut. Tipptopp. Wäre eine gute Tat hier, ne? Guck mal, wie weit sich... Bis... Bis runter ins Tal, ne? So, sehr schön. So, gute Taten, ne? Haben wir verbracht. Und jetzt können wir wieder weiterfahren. So. Ab da. Abfahrt. Let's go. To Valentine. You turn it into a regular old fairy godmother there, Arthur. What's that supposed to be? Weiter geht's. Mahlzeit. Grüße, Jens. Grüße, Jens. Oh, da fährt der Zug. Guck mal. Geil. Guck mal, da hängt einer dran. Wie geil ist das denn? Habt ihr gesehen, der Typ, der da reingesprochen ist? Boah. Schafe? Geil. Oh, sehr lustig. Oh, sehr lustig. Das sieht aus wie eine sehr gute Stadt. Andere Menschen. Endlich. Schau mal, das Schnee auf den Rücken. Ich will sicher nicht wieder da sein. Du denkst, wir sollten Molly mit uns kommen? Oh, nein. Miss O'Shea ist jetzt viel zu hoch und zu groß für uns, oder für uns, oder für eine reale Arbeit. Sie ist jetzt eine soziale Frau. Okay. Take a good look around, ladies. See what we got here. Go left here, down the main street. Mahlzeit. Grüße. Felix. Ganz schön großen Wendekreis hier. Ah, das ist der Sheriff. Oh, guck mal, er zieht direkt die Waffen. Oh, Mann. Blacksmith, okay. Er fasst Taradons Mahlzeit. Echt cool gemacht, ja. Blast die Frauen arbeiten, lol. Okay, just stay out of trouble. Don't get yourselves notice. Right, I need to get you to go. Ist ja eine ganz andere Engine, Leute. Okay, well, we'll see you at the general store, when you're done. Come on, ladies. Imagine, we're in Paris. Come on. Donations for the poor. So that's how you see yourself, is it? A maniac? Well, in my youth, I used to be known as the... Come on, we're from here, man. Come on, we're from here, man. Okay. I'm not gonna ask why. You are a sad man, Arthur Morgan. But I know you love me. Desperately. You're my favorite parasite. No. Ringworm's my favorite parasite. You're my second favorite parasite. Very funny. I lied. Ringworm. Then rats with the plague. Then you. Shut up. This is the place now. Come on. Ränder. Erstmal schütteln den Kramerladen hier. Mahlzeit. Du kannst gegenseitig in den Laden direkt kaufen. Okay. Etwas Kaffee. Wo ist denn Kaffee, Leute? Was ist das hier? Untersuchung. Kaffee. Okay. Ich würde sagen... Kaffee haben wir. Was brauchen wir denn noch? Was haben wir hier? Ich glaube, Mais, ne? Süßer Mais. Können wir eigentlich auch noch kaufen. Und wie viel Geld haben wir? 39 Dollar. Dito. Oh, hier. Leute. Der Gute. Sehr schön. Ah, wir können was verkaufen oder Katalog durchblättern. Wir gucken uns das mal an hier, ne? So. Erstmal schön im Otto-Katalog bestellen, ne? Was haben wir denn hier? Vorräte. Mhm. Konserven. Okay. Das brauchen wir nur noch hier. Ah, okay. Mit dem Kreis. Möhren. Viersicher. Krass. Kannst du dir mal vorlesen lassen. Auch nicht schlecht. So, Index. Wir gehen mal zurück. Wir können aber was verkaufen, ne? Was können wir denn eigentlich bei dem verkaufen hier bei dem Guten? So, was haben wir denn? Haben wir irgendwas zu verkaufen? Waffenöl. Ne, Waffenöl sollte man eigentlich behalten. Glaube ich, ist ganz gut. Guck mal, na, Kaffee. Schlangenöl. Gesalzen Innereien. Das wollen wir sowieso nicht haben. Mh. Dosenmeister haben wir vorhin gekauft. Guter Brandy-Kataki-Bourbon. Sehr gut. Naja, wir verkaufen nichts. So, gehen wir da raus. Ah, ist echt schon geil, dieser Kramerladen, ne? Was gibt's denn hier noch? Oh, warte mal. Schokolade. Jetzt bestimmt auch irgendwo kippen, ne? Was haben wir denn hier Schönes? Oh. Perspektive. Raubtierköder. Okay, könnten wir mal kaufen. Weil wir wollen sowieso so irgendwann mal jagen gehen. Was haben wir noch hier? Das sind, glaube ich, die Tänkturen, ne? Och, Haferplätze habe ich, glaube ich, auch noch genug für das Pferd. Ja, ja, die Guten. Hat er keine Kippen hier? Na? Was haben wir hier? Na, komm, wir gehen wieder raus zum Mika. Und zum Onkel. Erstmal schön die Pulle Bourbon am Hals, ne? Oh, war schön eingepennt. Ich glaube, ich habe etwas gut. 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 Ich bin in dieser fancy Haus. Äh, wie eine Servant-Gurl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or some place. Train full of rich tourists heading to Sandiné and then cruising off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and passing through a bit of deserted country at night as to get to the docks in time for the tides. In some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, yeah, it's right out in their new Hanover. Right, it's real quiet out there. Sounds good. Where's Tilly and Karen? I think at the hotel. They were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? Seemed easy. Hmm. They haven't gone for quite a while. I guess I'll go see if there's any trouble. Oh, ne. Oh, ne. That does not look ideal. Schön. Weißt du, nimmst die Frau mal mit, ne? Soll dann einfach mal shoppen und mach wieder nur Stress, ne? You can go kiss the damn snake for all I care. Get off me! Get your hands off her, friend. Who are you? A friend of mine. Get off her. You're making a big mistake, Tilly Jackson. Just get lost. Okay. Okay. Oh, man, ey. Immer um 19 Uhr. So, wir sind ins Hotel hier. Hot meals. Sehr gut. Oh, was haben wir hier noch? Können wir den grüßen hier? Ach, der Typ da vorne. Halbzeit. Guten Tag. 2B, ne? 2B war das, ne? Wir gehen einfach mal hoch. Es gibt bestimmt wieder Stress da oben. Keine Ärger bitte. Natürlich nicht. Er macht den nie Ärger. So, gehen wir mal rennen hier. Oh, ne. So, wir gehen mal rein, ne? Mahlzeit. Alter. Stimmt mit dem nicht. Komm her, hier. Son of a... Sehr gut. Sehr gut. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Mal ein bisschen... Warte mal. Na, jetzt können wir nichts klauen. Schade. Mann, 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 Mann. Bank. Bank. Sure, I know. Small-Town-Banks are usually waste of time, but this is a livestock town. There's lots of cash sometimes. Okay. Keep investigating. I will. Bis dann, Kavi. Ciao, ciao. Ja, alles Bestens. Ja, schönen Tag noch, ne? So, weiter geht's. Danke. Danke, Arthur. So, wir holen uns hier mal hier. Mann aus Blackwater. Boah, ist ein bisschen Action. Ja, gute Nacht, alle, die schlafen gehen. Den schnappen wir uns gleich hier. Warte mal. Wir brauchen mal unser Lasso. Den werden wir uns gleich catchen, Leute. Wo ist der Typ? Hallzeit. Wollen wir denn helfen, oder nicht? Helfen? Nee, komm. Der verrät uns. Tschüss. Okay. Nö. Du hast an Ehre verloren. Tu weiterhin Böses, um ein Ehrenhafter zu werden. Feine Gesellschaft nach Valentine Art. Auf der Suche nach Verdienstmöglichkeiten für die Bande überzeugt Karen Tilly und Marybeth, Arthur und Uncle, sie mit nach Valentine zu nehmen. Sehr schön. Haben wir abgeschlossen? Kommen zum nächsten Auftrag. Wir gucken mal kurz. Ah, nächster Auftrag wäre, glaube ich, hier direkt in Valentine. Dann markieren wir uns mal hier. Und reiten da mal hin. Sehr schön. Oh, aber nicht meine Ehre, Mann. Ja, man muss auch manchmal andere Wege gehen. Manchmal muss man auch mal die Leute straight auf die Fresse hauen. Leute. Gute Nacht, Alter. Oh, warte mal. Was war denn da? Was ist denn da passiert? Oha. Ähm. Leute. Wieso liegt da ein Fuß? Hauwi, moin. Wir sollten uns mal waffnen. Warum hängt da ein Typ? Ähm. Ähm. Das so eine gute Idee ist. Schau meine Arbeit an. Okay. Ist jetzt nicht so lecker, Leute, ne? Ist jetzt nicht so lecker. Ähm. Wir gehen mal nach oben. Und gucken mal, was da sonst noch ist. Links hätten Kopf. Hab ich schon gesehen. Ja, ja. Wir folgen einfach mal der Blutspur hier, ne? Geht die noch weiter? Da liegt eine Niere. Hm. Sah ein bisschen komisch aus, ne? Da wird einem gleich ein bisschen anders. Aber ich hab gar nichts gemacht. Steht gar nicht, wer die meint. Guck mal, da kreisen schon die Geier. Aber kann man da noch was untersuchen vielleicht? Warte mal. Ausdauer haben wir erhöht. Ah, das sieht echt brutal aus, ne? Hier war der Kopf, ne? Ist das eine Nachricht? Ah, wir können es untersuchen, okay? Notiz. Ah. Ah. Hm. Ist das ein Teil in der Karte, oder was? Erster Mordfallhinweis. Fetzen. Okay. Umdrehen. Erster Mordfallhinweis. Okay, es gibt also mehrere. Das ist schon mal gut. Das ist unser Pferd. Das müsste irgendwo hier sein, ne? Da ist es doch. Zermine passende Teile, zerreißene Landkarten, um das Geheimnis zu lüften. Ah, okay. Das heißt, es gibt mehrere, wo wir uns dann drum kümmern können, ne? Sehr nice. Galoppieren, zählt alle außerhalb des Pferdes. Muss darauf aufpassen, dass es die hier abwirft, okay. Nicht, dass der beißt. Nee, ist ja kein Zombie, Leute. Das sind doch Hasen, ne? Was hab ich denn eigentlich an Ausrüstung mit? Ah, ich hab nicht mein Pferd mit, ne? Nee, ich hab nicht mein Pferd mit. Okay. Wir raten mal zurück nach Valentine. Das ist echt geil mit vielen, vielen kleinen Hinweisen, wo man gucken muss, ne? Und da können wir unserem Tier eigentlich auch... Pferd... Ah, guck mal, wir können den... Können den einen Haferkeks geben, ne? So, ein bisschen was zum Futter gegeben. Ich glaub, du kannst dich hier wirklich tagelang, wochenlang in diesem Spiel aufhalten. Ja, kann man machen, ja. So, wir müssen hier durch. Sind wir überhaupt richtig hier jetzt, ne? Warte mal. Ah ja, doch, das... Ach nee, wir sind zum Lager, ne? Ah, ich wollte eigentlich hier hin. Naja, egal, komm. Können wir später nochmal rüber reiten. Erstmal wieder zurück ins Dorf hier. Mal ins Lager, sagen wir mal so. Sehr gut. Lagerkasse 83 Dollar. Was ist denn überhaupt mein Pferd? Echt, das war überhaupt mein Pferd, Leute? Das hab ich in den Spielen immer nicht verstanden. Naja, mit dem wollen wir erstmal nicht sprechen. Ich glaub, das war unser Pferd, ne? Wir haben halt immer unterschiedliche, ne? Das ist nicht meins. War das meins? Pferde im Winter. Okay. Pferd ist ein Tier, um das Lager zu versorgen, Fleisch und Essen zu benutzen. Okay. Wirst schon wie Mario. Nee, das gehört halt dazu. Du kannst ja die Energie da wieder sammeln. Was können wir hier machen? Wird auf der Minimap angezeigt. Ah, da. Okay. Aber wir haben zwei jetzt angezeigt. Einmal hier. Das Pferd wahrscheinlich. Und da vorne das Pferd. Hat er irgendwelche Waffen? Vielleicht mal ein Navi kaufen. Ja, oder so. Das ist nicht mein Pferd. Ich blick da nicht durch. Wo haben wir eigentlich unsere ganzen anderen Waffen? Oder haben wir die abgegeben? Du musst eins zurückbringen. Ah, okay. Das heißt, du müsstest es anbinden, ne? Gut. Das heißt... Das Verbundenheit aufbauen. Das will ich ja nicht. Das ist das andere Pferd. Dann war es das hier. Das heißt, wir müssen es einfach hier hinbringen. Oder anbinden, oder was? Das geht doch gar nicht. Oder davor, ne? Ja, ja. Ich komme gleich. Ah, jetzt. Okay. Ach, nach Valentine. Ach so. Okay. So. Wenn ein Pferd anbindet, ruht es sich aus. Und kann... Okay. Wir können das Tier füttern. Okay. Streicheln. Und striegeln. Sehr cool. So. So.